Herzlich Willkommen aus dem Würzburger Podcast Studio zu einer neuen Ausgabe deines Tech-Podcasts rund um Linux, Open Source und Co. Heute mit dem Thema Telemetriedaten. Was sind Telemetriedaten und sind Telemetriedaten gefährlich? Im heutigen IT-Zeitalter sind Informationen ein wichtiges Gut. Wissen ist Macht und schadet dem, der es nicht besitzt. Doch mit der Gratis-Mentalität für Web-Services ist das Geschäftsmodell der Wissensvermittlung und Informationsbeschaffung in Probleme gerannt. Es ist schwierig, die Kosten für erstklassige Informationsbeschaffung zu decken, wenn kein Leser oder Zuschauer bereit ist, dafür zu bezahlen. So ist das im Internet-Zeitalter. Wenn ich Nachrichten lesen möchte, gehe ich auf die Seite des jeweiligen Nachrichtendienstes und kann die Informationen, die ich bekommen will, kostenlos abrufen. Doch wie frei ist kostenlos eigentlich? Wie werden Blogger, Redakteure oder Journalisten bezahlt, wenn ich für die von Ihnen aufbereiteten Nachrichten selbst nichts bezahle? Arbeiten Sie gratis aus Warmherzigkeit heraus? Die Antwort auf diese Frage ist kurz und präzise. Nein. Die Erlöse kommen rein, auch wenn wir nicht direkt dafür bezahlen, obwohl viele Zeitungen und Verlage auch Premium-Abos anbieten. Wir zahlen indirekt. Das Zauberwort heißt Telemetriedaten. Telemetriedaten werden heute nahezu überall gesammelt. Smart-TVs sammeln Sie, Betriebssysteme sammeln Sie, Autos sammeln Sie, Smart-Home-Geräte sammeln Sie, Smartphones sammeln Sie, Apps sammeln Sie, wie auch die meisten Webseiten. Wört sich nach einem richtig satten und goldenen Zeitalter an. Ist es auch, denn Telemetriedaten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Um zu verstehen, wie sich damit Geld machen lässt, sollten wir gründen, was Telemetriedaten eigentlich sind. Das erschreckende Ergebnis ist, dass wir gläserne Produkte sind. Es wird einfach alles, was geht, gesammelt, um es im Detail zu analysieren und schließlich auch zu monetarisieren. Also das gesamte Nutzerverhalten wird aufgezeichnet, wie lange man online ist und auch in Verbindung mit dem Standort, vor dem aus zum Beispiel eine jeweilige App aufgerufen wird. Verweildauer ist für Mikroblogging und Webseitenbetreiber durchaus interessant. Ein Streaming-Anbieter kann genau erkennen, wann welcher Kunde was anschaut. Anhand von Nutzerprofilen kann der Streaming-Anbieter auch Rückschlüsse auf familiäre Situationen ziehen. Selbes kann auch der Smart-TV-Anbieter erkennen, wenn ausgewertet wird, wie lange die jeweilige Streaming-App benutzt wird oder wie lange das Gerät im Allgemeinen läuft. Egal was, so ziemlich jedes Produkt, ob materiell oder immateriell, möchte Daten sammeln und übermitteln. Software-Anbieter schätzen es sehr, wenn sie mittels Telemetriedaten das Nutzerverhalten erkennen können. Die Datensammlung wird oftmals von dem Kunden mit der Annahme der Datenschutzbedingung oder der Nutzungsbedingung akzeptiert. Doch scheint das Vertrauen in die Anbieter und deren korrekten Umgang mit den gewonnenen Daten ausreichend groß zu sein. Ob die Daten dann vollständig anonymisiert gespeichert und ausgewertet werden, kann nicht nachgeprüft werden. Hier hilft nur Vertrauen. Wir sollten uns nun mit der Frage beschäftigen, wozu diese Telemetriedaten erhoben werden und wozu sie eigentlich dienen. Zunächst wäre das technische Verlangen der jeweiligen Hersteller nach Verbesserung des Produkts zu nennen. Je mehr Daten man über die Verwendung des Produkts vorliegen hat, desto besser kann man es verstehen und die daraus gezogene Schlussfolgerung in die Produktverbesserung einfließen lassen. Doch Verbesserung ist manchmal auch nur der Grad an Ausbeutung der Daten. Die meisten sozialen Medien nutzen diese Daten, um ihre Dienstleistungen auf noch bessere Verwertbarkeit der Daten zu optimieren. Eine Verwendung der Daten zur reinen Verbesserung des Online-Services darf irgendwie angezweifelt werden. Denn die Verbesserung dient oftmals der noch präziseren Erfassung des Nutzerbildes, um noch gezielter Werbung schalten zu können und somit Geld zu verdienen. Denn je besser ich meinen Nutzer kenne, desto präziser kann ich ihm Werbung schalten. Es dreht sich also alles anscheinend um die Profitabilität. Und um diese zu steigern, müssen die Algorithmen noch präziser, noch intelligenter werden. Die gesammelten Daten müssen einen maximalen Ertrag liefern. Wie könnte man die Sammlung von Telemetriedaten abwenden oder unterbinden? Es gibt verschiedene Maßnahmen. Es beginnt mit der Verweigerung der Cookies. Fast jede Webseite nervt die Nutzer beim ersten Aufruf mit der Annahme der Cookie-Datenschutzerklärung. Das ist nach der DSGVO so geregelt. Viele Anwender werden vermutlich die damit kommende Erklärung nicht lesen und einfach auf Alles akzeptieren klicken, weil es ja ein grüner Button ist. Doch müssen diese sich anpassen lassen, dass nur technisch notwendige Cookies zugelassen werden. Was jedoch als technisch notwendig deklariert wird, ist natürlich etwas anderes. Aber Analytik-Cookies sind dann deaktiviert. Ferner bieten Adblocker eine weitere Möglichkeit, dies auf DNS-Ebene zu blockieren. Die konsequente und beste Handlung wäre, diese Dienste nicht zu nutzen. Doch löst das dann noch nicht das Problem der Finanzierung. Wenn wir nicht selbst das Produkt sein möchten, dann müssen wir zum Kunden werden. Und das werden wir in der Regel nur dann, wenn wir für die Leistung bezahlen. Es ist also nicht damit getan, verschiedene Dienste oder Produkte einfach nicht mehr zu nutzen. Vielmehr müssen wir das Paradigma, alles muss kostenlos sein, überwinden. So gibt es neben Gratis-Diensten oftmals auch Alternativen, für die man bezahlen muss. Hier wäre es angebracht, den Hirnschmalz zu investieren und dann auch entsprechend klug zu handeln. Abschließend kann man festhalten, dass Telemetriedaten das gesamte Nutzerverhalten aufzeichnen können. Der Zweck der Telemetriedaten ist, das Nutzerverhalten zu analysieren, um Erkenntnisse daraus zu ziehen. Die daraus gezogenen Erkenntnisse können technischer, aber auch monetärer Natur sein. Da die Werbung immer gezielter ist, deutet das oftmals auf eine monetäre Ausbeutung schwerpunktmäßig hin. Als Ausweg können technische Hilfsmittel das Problem lindern. Ein Verzicht der Dienste und Produkte dient dazu, dem jeweiligen Hersteller die Konsumentenbotschaft zu schicken. Oft gibt es bessere Alternativprodukte. Grundsätzlich sollte man nicht immer erwarten, dass alles gratis sein muss. Oder wenn es gratis ist, dann damit rechnen, dass man selbst nicht der Kunde, sondern das Produkt ist. Klar, ein freies Internet ist richtig und wichtig. Doch ein zum Beispiel seriöser Journalismus kann nur dann sichergestellt werden, wenn dieser seine Kosten decken kann. Das kann er aber nicht, wenn er keine Erlöse im Sinne von Verkaufszahlen oder Werbeeinnahmen einfährt. Hersteller könnten Telemetriedaten auf ein technisch nötiges Minimum zur reinen Produktverbesserung beschränken. Dies dürfte Skepsis gegenüber der Datensammlung abbauen und die Akzeptanz im Allgemeinen erhöhen. Lass es mich gerne wissen, wie ihr das handhabt, wie ihr zu Telemetriedaten steht. Das war die heutige Podcast-Bolge. Wenn du über iTunes zuhörst, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank für die freundliche Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao!